Based on Slender Created by Mark Steen and Ray Burgess Sanatorium Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Slender Diesmal wird der Sound höchstwahrscheinlich auch so sein, dass man ihn verstehen kann Nicht so wie letztes Mal bei Elementary Beziehungsweise vorletztes Mal, danach kam ja nochmal Slender, das war ganz in Ordnung Aber, naja Ich nehme nämlich jetzt immer mit Order City auf Und wir befinden uns diesmal in einer Irrenanstalt Und da vorne gibt es einen Zettel, das weiß ich Ähm Hier vorne gibt es einen Zettel, das weiß ich Da Okay, ich schlage mich grad ziemlich scheiße, so wie es aussieht Oh Oh Gut, ich werde übrigens jetzt jedes Slender-Lab spielen, das hier rauskommt Slender-Lab Ich dachte grad, er steht da ein Kann das Sinn sein? Sanatorium ist übrigens nicht unbedingt das Einfachste Elementary finde ich persönlich einfacher Weil man die Teddies einfach Keine Ahnung, ich weiß nicht Oh Alter, aber ich Ich hab mich grad vor dem Löwen erschreckt Ähm Gut Ähm Da ist der Ausgang, da müssen wir später hin Da ist nix Habe ich nicht letztes Mal gesagt, dass das normale Sender das Schlimmste von allen ist? Ich nehm's zurück Ich nehm's zurück Stand der da hinten? Nein Da gibt's auch noch einen Zettel, da wo die beiden Röhren da standen Lagen Gibt's hier einen Zettel? Nein Huh Hier gab's einen Zettel Da Oh, das war so klar Oh, das war so klar Oh Alter Lauf Lauf Scheiße, Sackgasse Und er steht da hinten Fuck Okay, aber nicht hingucken, nicht hingucken Nein, er steht da Fuck, 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 fuck Alter Und was geht mit den FPS ab? Puh 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 Slender Deal rivel soll ja noch gruseliger werden als alle Slenderteile davor Puh Und ehrlich gesagt habe ich da ganz schön Angst vor Vor allem weil ich auch schon gesagt habe, dass ich das jetzt stиваем zocken möchte Puh Ach, jetzt sind wir wieder hier, ok Puh H kaç 4 von 8, glaube ich, oder? Alter. Oh, Gott. Und er steht immer noch hinter mir. Ich will nicht, dass er mich kriegt. Alter. Ich hasse Slender. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Und ich trau mich nicht mehr, in die kleinen Räume zu gehen. Hier habe ich doch angefangen. Hier habe ich doch angefangen. Ich glaube, er steht hinter mir. Hier ist noch ein Zettel. Out of sight, not out of might. Shit, jetzt habe ich gar nicht mitgelesen, was da was auf den Zetteln steht. Schade. Naja, wenigstens eins haben wir schon drin. Und ich kann nicht mehr anständig sprinten. Ach, du Scheiße. Alter. Boah, ich frage mich, wie oft ich jetzt Alter gesagt habe. Falls irgendjemand die Lust hat, schreibt doch bitte mal einen Counter in die Kommentare. Ich will mich nicht umdrehen. Oh, der steht nicht mehr hinter mir, glaube ich, oder? Cool. Dann habe ich ihn ja abgeschüttelt, so ein bisschen. Dann könnte ich ja nochmal weiter versuchen, irgendwelche Zettel zu sammeln. Alter. Ach, schon wieder. Ich mache das nicht mit Absicht. Geht es da weiter, oder ist es eine Sackgasse? Scheiße, eine Sackgasse. Oder? Nee, ist keine. Ich hasse diese Musik. Ich habe jetzt keinen Timer gestellt. Ich weiß nicht, wie lange ich hier unterwegs bin. Nowhere, irgendwas. 6 von 8. Okay, mit dem Punktgestand bin ich einigermaßen zufrieden. Ich meine, 6 von 8, das ist schon mal was. Ist so die Frage, was? Ah, hier ist das, wo er mich fast gekriegt hätte. Ah, nee, da war er gar nicht mehr hinter mir, glaube ich. Gut, jetzt muss ich hier mal ein bisschen mehr gucken, in die kleinen Räume. Aber ich will mich nicht umdrehen, weil er hinter mir sein könnte. Hier bin ich doch auch schon gewesen. Ja, toll, das Bad. Und was ist da drüben? Da steht ein Bett. Und da ist der Tiger, äh, der Löwe wieder. Wo ist der Slender, mein Alter? Oh, ich komme hier nicht drauf klar. Oh, da ist er. Fuck, fuck, fuck. Nein. Du kriegst mich nicht. Slendy, ich hasse dich. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ah. Aber ich schlafe mich echt ganz gut dafür, dass ich schon voll lange hier rumgammele. Ich bin einfach zu gut für Slendy. Ach, da gibt es ja noch ganz, 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 ganz viele Räume. Ich werde heute mal dahin gehen. Ja, ganz, ganz viele Räume. Oh, komm, langsam wird es langweilig. Der kann mich jetzt auch mal kriechen. Alter. Was habe ich gesagt? Ich glaube, Slendert hat ein Audio... Audioverständnis. Oder es ist gar kein Spiel. Vielleicht ist es die... Die Wahrheit. Die Illuminaten. Ja, das wird es sein. Nein. Oh, wow, 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 wow. Alter. Du kriegst mich nicht, Slendy. Alter. Sechs von acht. Ey, hier waren wir doch auch schon zwanzig. Slendy. 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 Da steht er. Sieht doch schon aus wie so ein Affe, ne? Mit seinen langen Ärmchen. Ach, so süße kleine, lange Ärmchen. Ich bin nicht verrückt. Wer ist da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Ist da wer? Oh, Alter. ich glaube langsam wird es ihm zu blöd mir auch was denn du Pimmel die waren doch auch schon 20 mal das gibt es doch nicht wo sollen denn hier noch diese verkackten Zettel sein wisst ihr was Leute irgendwie ist das doch langweilig wenn ich nicht sterbe gut wenn ich noch einen finde dann muss ich eigentlich sterben weil er verfolgt mich jetzt schon so extrem Alter schon wieder an der gleichen Stelle Alter schon wieder an der gleichen Stelle endlich Freiheit nie wieder doch immer wieder nächstes mal wird dann höchstwahrscheinlich Alter die Tasten sind so verschwitzt nächstes mal kommt dann wahrscheinlich Hospiz und dann nach Menschen dann 7th Street ich weiß nicht ob ich das noch kriege irgendwie hatte ich da Probleme beim Download und dann Prison und vor Prison habe ich am meisten Angst im Gefängnis naja bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit vielleicht sehen wir uns in einem nächsten Let's Play wieder und bis dahin haut rein Leute und ciao